Es war ein Abend, der alles veränderte. Beatrice Egli und Florian Silbereisen wurden gemeinsam in einem der exklusivsten Restaurants Münchens gesichtet ein Ort, an dem Prominente oft ihre Zweisamkeit genießen, fernab der neugierigen Blicke der Öffentlichkeit. Doch als die beiden das Luxusrestaurant betraten, blieb nichts geheim. Sofort verbreiteten sich Gerüchte, dass etwas Großes bevorstehen würde. Was machen sie da? fragten sich die Fans, die die Bilder auf Sojalmedia entdeckten. Ist das der Moment, auf den wir alle gewartet haben? Die Anspannung in der Luft war spürbar, als Beatrice und Florian gemeinsam das Restaurant betraten. Beide in eleganter Abendgarderobe Beatrice in einem atemberaubenden roten Kleid, Florian in einem stillvollen, massgeschneiderten Anzug. Sie setzten sich an einen abgelegenen Tisch, abseits des Trubels, aber die Augen der anderen Gäste waren auf sie gerichtet. Ihre Körpersprache war vertraut, und die Atmosphäre zwischen ihnen schien von einer tiefen Zuneigung geprägt. Das sieht nach mehr als nur Freundschaft aus, tuschelten einige der Anwesenden. Seit Wochen spekulierten die Fans, ob zwischen Florian und Beatrice mehr lief, als sie zu gaben. Ihre gemeinsamen Auftritte waren immer wieder von einer besonderen Chemie begleitet, aber die beiden hielten sich bedeckt, wenn es um ihr Privatleben ging. Doch dieser Abend im Luxusrestaurant schien all das zu ändern. Die Neugier wuchs, und die Fragen wurden lauter, war dies das offizielle Coming-out ihrer Beziehung, während des Dinners, das in entspannter, aber dennoch exklusiver Atmosphäre stattfand, wirkten beide entspannt und glücklich. Sie lachten viel, tauschten liebevolle Blicke aus und genossen offenbar die Zeit miteinander. Einige Beobachter berichteten sogar, dass Florian Beatrice eine zarte Liebeserklärung ins Ohr geflüstert haben soll, was sie zum Strahlen brachte. Es war, als ob die Welt um sie herum verschwand, berichtete ein Gast, der zufällig Zeuge dieses romantischen Abends wurde. Doch dann, als der Abend geradezu perfekt schien, passierte etwas, das alle Anwesenden in Schockstarre versetzte. Florian erhob sich plötzlich vom Tisch, sein Gesicht ernst und entschlossen. Beatrice sah ihn verwundert an, und für einen Moment herrschte eine Spannung, die den gesamten Raum erfüllte. Oh nein, was ist los? Murmelten die Gäste leise. War dies etwa das Ende des romantischen Abends, sollten die Gerüchte über eine mögliche Trennung doch wahr sein? Florian stand vor Beatrice, hielt ihre Hand und sah ihr tief in die Augen. Die Stille im Restaurant war erdrückend, als die anderen Gäste verstummten und auf den dramatischen Moment warteten. Beatrice, sagte Florian schließlich mit ernster Stimme, es gibt etwas, das ich dir schon lange sagen wollte. Die Fans, die später von diesem Moment erfuhren, konnten es kaum fassen. War dies der Augenblick, in dem Florian eine schockierende Wahrheit preisgeben würde, war ihre Beziehung vielleicht doch nicht so perfekt, wie sie schien, die Anspannung war fast unerträglich. Doch dann, inmitten dieser dramatischen Atmosphäre, geschah das Unerwartete. Florian lächelte plötzlich und sagte mit einer sanften Stimme, ich wollte dir nur sagen, dass ich unglaublich stolz auf dich bin. Du bringst jeden Tag Licht in mein Leben, und ich kann mir keinen schöneren Abend vorstellen als diesen. Beatrice, die sichtlich gerührt war, lächelte Florian liebevoll an. Du hast mich überrascht, sagte sie leise. Ich dachte schon, da kommt etwas Dramatisches. Florian lachte und fügte hinzu, nein, keine Sorge. Ich wollte nur, dass du weißt, wie viel du mir bedeutest. Der Moment der Spannung löste sich in einem Lächeln und herzlichen Gelächter auf. Die Gäste im Restaurant, die den Atem angehalten hatten, klatschten nun begeistert und feierten den liebevollen Moment zwischen den beiden. Was als dramatischer Höhepunkt begann, endete in einem unerwartet sanften und emotionalen Höhepunkt, der die Herzen aller Anwesenden berührte. Das war der romantischste Moment, den ich je erlebt habe, sagte ein Augenzeuge später. Florian und Beatrice sind einfach perfekt füreinander. Man konnte die Liebe zwischen ihnen förmlich spüren. Die Fans, die das Geschehen in den sozialen Medien verfolgten, waren begeistert und erleichtert. Ich dachte schon, es gebe schlechte Nachrichten, schrieb ein Firma auf Instagram. Aber das war einfach wunderschön. Nach dem Dinner verließen Florian und Beatrice Hand in Hand das Restaurant, und es war offensichtlich, dass sie den Abend in vollen Zügen genossen hatten. In den kommenden Tagen wurden sie in den Medien als das perfekte Paar gefeiert, und die Fans spekulierten weiterhin, ob dies der Beginn einer öffentlichen Liebesgeschichte war. Sie gehören einfach zusammen, schrieb ein weiterer Fan. Dieser Abend hat gezeigt, dass ihre Beziehung etwas ganz Besonderes ist. Hinter den Kulissen, abseits der Kameras und der neugierigen Blicke, fragte Beatrice Florian scherzhaft, hast du mich wirklich so nervös gemacht, nur um mir zu sagen, dass du stolz auf mich bist. Florian lächelte und erwiderte, manchmal braucht es etwas Drama, und die Dinge interessanter zu machen. Die Fans, die diesen unerwarteten Abend miterlebten, werden ihn so schnell nicht vergessen. Florian Silbereisen und Beatrice Egli hatten nicht nur einen romantischen Abend in einem Luxusrestaurant, sondern auch gezeigt, dass wahre Liebe manchmal in den kleinen, unerwarteten Momenten liegt.